Hey liebe Musikfans, mein Name ist Ares Beatz und heute habe ich ein paar weitere voluminante Tipps für euch, wie ihr durchaus effektiver und auch effizienter mit FL Studio arbeiten werdet. Nach dem Intro geht es auch sofort los, also artig dranbleiben und bis gleich! Ah und ansonsten, für alle die es noch nicht gesehen haben, checkt doch auch mein Tutorial von neulich, in dem ich euch mit meiner engelsgleichen Stimme zeige, wie jeder zum Sänger werden kann, völlig ohne Autotune und völlig ohne Gesangserfahrung. Das nun nebenbei, weiter geht's! Willkommen zurück und nicht traurig sein, falls ihr die einen oder anderen Tipps schon kennt, lasst mich ansonsten gerne wissen, was ihr sonst noch sehen wollt und dann würde ich mal sagen, legen wir direkt los mit Tipp Nummer 1! Ihr sitzt vor FL Studio, spielt euch mal wieder den übelsten Mist zusammen oder habt euch einfach nur verklickt? Kein Problem, die Füchse unter euch wissen, mit der Undo-Funktion, beispielsweise STRG Z drücken, könnt ihr das Ganze um ein paar Schritte rückgängig machen. Doch manchmal habt ihr das Problem, ihr drückt rückgängig, rückgängig und auf einmal tut sich nichts mehr oder springt nur zwischen zweimal rückgängig hin und her. Dazu geht ihr einfach, wie hier gezeigt, in die fortgeschrittenen Einstellungen und könnt dort auswählen, wie viele Undo-Schritte ihr denn gerne zur Verfügung haben möchtet. Seid ihr also schon etwas weiter in eurem Instrumental und habt ein paar Schritte, die ihr jetzt bereut, dann könnt ihr das einfach zum Beispiel um 20 Mal rückgängig machen. Tipp Nummer 2! Dieser Tipp gefällt mir persönlich ganz gut, denn angenommen ihr habt gerade einen Equalizer auf irgendeinen Sound verwendet und wollt das Ganze bei einem anderen Sound testen oder einfach den Effekt, wie ihr ihn erstellt habt, genauso auf einem anderen Sound mal ausprobieren oder so verwenden. Dann müsst ihr nicht, und das habe ich ehrlich gesagt eine ganze Zeit lang gemacht, das mühsam nachbauen, sondern könnt, egal bei welchem Effekt, einfach hier auf Save Preset S nicht klicken, sondern gedrückt halten und dann per Drag & Drop auf den jeweiligen Kanal im Mixer, in welchem sich euer anderer Sound befindet, hinschieben. Und zack, habt ihr dann identisch genau dieses Preset noch einmal so über den anderen Sound, beziehungsweise auf dem anderen Kanal. Anmerkung, natürlich könnt ihr unter Save Preset S das ganze Preset auch einfach speichern und habt es somit immer wieder abrufbar oder könnt es dann direkt über eure Preset Templates öffnen und habt es dann genauso auf dem Sound. Nur falls es hier gerade mal experimentell ist, ihr das nicht unbedingt speichern wollt oder nicht zu viel speichern wollt, dann zieht es einfach rüber und dann habt ihr es wie gerade gezeigt auf dem anderen Sound. Geil, oder? Tipp Nummer 3! Tipp Nummer 3! Und dann auch sehr genau. Umgekehrt funktioniert das Ganze auch, indem ihr zum Beispiel ohne was zu verschieben wissen wollt, was habe ich denn hier oder hier bei dem Regler eingestellt, drückt einfach ohne ihn zu verändern auf Copy und pastet das Ganze dann beispielsweise auch wieder in ein Textdokument und ihr könnt den genauen Wert sehen. Denkt euch hier bei dem Ergebnis die Null einfach weg und das ist dann wie eben umgekehrt auch euer Wert. Kommen wir zum nächsten Tipp. Angenommen ihr wollt in der Playlist irgendetwas hin und her verschieben, die gleiche Vorgehensweise funktioniert übrigens auch in der Piano Roll, dann verschiebt ihr hin und her und es bleibt bei dem jeweiligen Raster bzw. Kästchen immer stecken. Jetzt könnte man oben in den Einstellungen Lion Cell und so umtauschen auf wie viel Bars oder Takte man das Ganze setzen möchte, aber wenn ihr es nur mal ganz kurz braucht, dann haltet dabei einfach die Alt-Taste gedrückt und wie ihr seht, könnt ihr das Ganze dann nur per Feintuning verschieben. Ein weiterer Vorteil ist, habt ihr es auf diese Weise verschoben, bleibt es quasi auch in dem zuletzt verwendeten Raster. Wenn wir jetzt ganz normal ohne Alt-Taste hin und her schieben, springt es in genau diesen Schritten weiter. Wollt ihr das Ganze jetzt wieder wie ursprünglich einrasten lassen, schiebt es beispielsweise ohne Alt-Taste einfach ganz an den Rand und danach könnt ihr es wieder ganz normal in Kästchen entsprechend oder euren Einstellungen entsprechend verschieben. Next tip please. Ihr kennt das, ihr sitzt mal wieder vor FL Studio und sucht den passenden Sound, meinetwegen wie in diesem Beispiel eine Snare. Falls ihr gerade keine selbst am Bearbeiten seid, klickt ihr euch durch eure jeweilige Content Library, um den passenden Sound zu finden. Doch damit wir, während euer Song vielleicht auch gleichzeitig im Hintergrund abgespielt wird, nicht jedes Mal vorher auf diese ganzen Samples klicken müssen, können wir per Klicken der Maustaste, nachdem wir vorher den Sampler markiert haben, ganz einfach das jeweilige angewählte Sample direkt ersetzen. Diese ganze Vorgehensweise finde ich besonders beim Austausch einer harmonierenden Kick sehr hilfreich, da ihr nämlich nicht mit Störfrequenzen, während ihr die Samples vorher abspielt, das Ganze durcheinander bringt oder gar unrhythmisch macht, während euer vorher eingespielte Kick läuft und ihr dann gleichzeitig noch die, welche ihr gerade sucht, anklickt. Also einfach direkt ersetzen und ihr habt sie on point, wie ihr sie zuvor gesetzt habt, in eurem Beat und könnt euch den jeweiligen Sound aussuchen. Angelehnt an dem jüngst gezeigten Tipp mit dem Einfügen der Werte, könnt ihr eure Regler auch Feintuning mäßig verstellen, indem ihr dabei die Steuerungstaste gedrückt haltet. Wem bringt das hin und wieder nicht zu verzweifeln, wenn ihr in einem Projekt drei Sekunden mehr braucht, um auf den genauen Wert zum Regler zu kommen? Das klingt wie ein Witz, aber glaubt mir, das läppert sich. Jetzt könnt ihr einfach, wie gerade erwähnt, mit der Steuerungstaste feintunen. Ihr bewegt beispielsweise die Maus quasi genauso schnell hoch und runter wie zuvor, nur eure Werte verschieben sich leichter. Hier im Hintergrund einmal gezeigt, mit gedrückter Maustaste und wenn ich sie loslasse, die Werte verschieben sich viel schneller hoch und runter, obwohl ich die Hand quasi genau gleich bewege. Mit der Steuerungstaste, wie eben erwähnt, eben halt ein Feintuning, sodass wir die Zahlen langsam erreichen und uns auch innerhalb der jeweiligen Prozente oder Dezibelzahlen langsamer fortbewegen können. Halt, Stopp! Denn auch wenn es euch schockiert, das war's für heute schon wieder. Aber ist ja nicht so schlimm, denn erst neulich habe ich euch mit meiner engelsgleichen Stimme gezeigt, wie jeder zum Sänger werden kann, ganz ohne Autotune. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, checkt's wie gesagt einfach mal ab. Ansonsten hoffe ich, ich konnte dir so ein bisschen was mitnehmen oder hatte wenigstens ein bisschen Unterhaltung. Schreibt auch gern, was ihr sonst noch sehen wollt. Ansonsten sehen wir uns die Tage auch schon wieder. Angenehm Tag euch allen und Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017